Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, ich habe mir gedacht, es wird langsam an der Zeit den Gewinner meines Gewinnspiels des 1980 Abonnenten Specials zu ziehen. Und ja, es haben sehr viele Leute mitgemacht. Hier 115 Likes bei 686 Aufrufen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. 194 Kommentare. Okay, ich habe mich immer bedankt. Also ich tippe mal auf so 100 wirkliche Kommentare von Abonnenten. Und ja, es gab einen richtig coolen Preis zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir schwafeln jetzt auch gar nicht lange herum. Sondern kopieren uns die Adresse, gehen hier rein, fügen sie ein und dann lassen wir den YouTube Random Comment Picker den Gewinner ziehen. Also als erstes gucken wir auf unsere Kommentare. Hier haben wir 89. Okay, da lag ich gar nicht so falsch. Und jetzt muss ich gucken, wo es denn überhaupt losgeht. Ich komme gar nicht mehr vor lauter Werbung mit. Ähm, ja, Start. Hier. Da klickt man drauf. Und der Gewinner ist... Ways to Outdoor. Super Video. 1980. Bin auch großer 80er Jahre Fan. 71er Jahrgang. War eine geile Zeit. Die Videothek gestürmt. Und mit dem Rekorder unterm Arm zum Freuen und stundenlanges Kopieren. Ja, mega cool. Dann würde ich sagen, ähm, ich kopiere mir den hier einfach mal und suche den auch wirklich hier in den Kommentaren. Ihr seht es hier. Ähm, ob es den auch wirklich gibt. Jetzt muss er ein bisschen laden. Ich lade gerade hier noch was hoch. Aber ich wollte euch jetzt nicht allzu lange auf die Folter spannen. Kann man das hier auch? Und dann schreibt man es halt hier nochmal rein. Ways. Müsste eigentlich reichen. Ways to Outdoor. Jo, hier geht es los. Und ja, da haben wir schön kommentiert. Hier einen kleinen, äh, ja, Chat fast gehabt. Äh, finde ich fett, mega cool. Also, hier haben wir ihn. Und herzlichen Glückwunsch. Ich werde jetzt noch nichts reinschreiben, weil, bis ich das Video geschnitten habe und hochgeladen habe, ähm, da, ja, dann kriegt er ja schon die Nachricht und wird, äh, überrascht. Und jeder andere kann es auch nachlesen. Ich möchte es ja, dass eine schöne Überraschung ist, eine positive Überraschung ist. Und deswegen spare ich mir das Ganze jetzt hier. Hier nochmal an dich. Ähm, bitte schreibe mir, ähm, bei den E-Mail-Adressen. Oder was haben wir denn hier drin? Eigentlich auf Instagram oder Facebook. Äh, kannst du mir schreiben. Wäre cool, melde dich. Und dann, äh, kann ich dir deinen Gewinn zusenden. An alle anderen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. War echt sehr, sehr cool. Also, ich sag's nochmal hier. Guckt euch mal das hier an. 115 Likes, richtig geil. 90 Kommentare, also 90 Abonnenten, die mitgemacht haben. Finde ich echt mega klasse. Und ja, mal gucken, wann es das nächste Special gibt. Und das nächste Gewinnspiel wird bestimmt auch nicht lange auf sich warten lassen. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.